Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück zu Emily Wants to Play. Na dann wollen wir mal. Ich bin irgendwie nicht so guter Dinge, dass das jetzt beim ersten Mal klappt, aber... Naja, vielleicht werden wir auch positiv überrascht. Wo waren wir überhaupt? Laut! Ah, genau. Guck mal, wir haben schon... 5 Uhr? Genau, wir mussten Emily Fynn und den Puppen ausweichen, ne? Kurzer. Wow. Hallo. Oh, wie, jetzt kommt Chester. Ich will das jetzt schaffen. Ah, mein Bein juckt. Hau ab. Die werde ich ja ein bisschen vermissen, ne? Die kleine hier. Äh, achso, Emily. Nein, mach auf. Chester! Ah, der ist so knuffig, wenn der immer anfängt zu rennen, dieses... Ah! Trotzdem ist er ein Pisser. Boah, das wird echt schwer, ne? So, Emily. Zeig dich, zeig dich. Ah, da war sie. Bleibt sie da? Nee. Ist das hier weg? Ich hab überlegt, dieses Geräusch, was wir hören, hat das was mit ihr zu tun? Ist sie dann in der Nähe? Dieses... Nee, ne? Ah, da ist sie. Komm, wir warten hier wieder. Geh weg. Ich bin echt gespannt, was da unten drin ist auch, ne? Ich hoffe, wir kommen da auch irgendwann runter. Na, du? Können wir eigentlich crouchen? Nee, ne? Nö. Hau ab. Ich muss Emily angucken gleich. Wer bist du? Ja. So, Emily, wo bist du? Zeige dich. Da drin steht sie nicht. Ah! Oh, oh, da. Und ich hab Emily gesehen. Sie war da in dem Fernsehraum. Nein! Geh weg! Oh! Ich hab Angst, nach unten zu gucken. Aber Chester ist weg, ne? Und sie steht da hinten noch. Oh! Haben wir ein Glück? Haben wir ein Glück? Oh! Komm, ich guck sie an. Oh, Alter! Was war denn jetzt? Sie kamen dreimal hintereinander an derselben Stelle. Total ver... Ah, nix machen. Oh! Panik! Emily! Emily! Oh, krass! Geh mal weg, du Clown! Oh, da unten in der Ecke. Ich seh seine Hand. Emily? Nein! Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Ah! Wo? Ah, da. Oh Gott, das wird knapp. Ich find Emily bestimmt nicht. Schon mal ein bisschen hier mit umgucken, aber ich seh sie gerade nicht. 20 Sekunden dann noch. 19. Na ey, das wird nix. Wie soll ich sie denn so finden? Emily, Emily, Emily! Wo ist sie? Nein! Nein! Ja! Alter, da kommen sie wieder alle auf einmal. Die Pisser. Ey, die Bande des Grauens hier. Mann! Das ist voll schwer. Oh Gott! Ja! Ja. Ja. Alter. Ich wollte gerade gucken, wo die Kleine ist. Und da war aber der Clown noch da. Ich bin ein bisschen zu vorschnell. Menno. Menno. Oh! Ich hab ihn gar nicht gehört! Ah! Er stand einfach da. Er hat gar nicht gelacht vorher. Tür. Was? Was war denn jetzt? Was war denn bitte jetzt los? Hä? Wo ist sie denn? Ey, ich war doch jetzt in jedem Raum. Oder? Nein, sie kommt. Was soll man denn machen? Und sie haut nicht ab. Was soll man denn machen? Was soll man denn machen? ist klar nein okay also nach unten geht es auch nicht habe ich mir schon fast gedacht go on for the crust of distance in spaces between us who will come to show you go on near far wherever you are I believe that my heart will go on da steht sie nie drinnen, da steht sie nie drinnen, oh Emily, wo bist du, wo bist du, Emily oh Gott, jetzt kommst du hier nein, Chester, aah Chester, mach nicht so was, Chester, der ist echt am liebsten, Chester, komm hier mit dir das ist so anstrengend, das ist so anstrengend gerade na, ich bin mal gespannt, ich ziehe es jetzt einfach komplett durch bis Ende mal gucken, wie lange der Part wird, ich werde den dann auf jeden Fall schnellern schneiden werde ich glaube ich nix aber so ein bisschen Schnellvorlauf machen damit es ein bisschen man, er hat gerade mal ja, ich wollte mal testen, ob das geht, wenn man einfach schnell von denen in dem Raum weg ist aber ich habe doch überall geguckt, ist Emily buggy? ist ja immer so, wenn man nicht weiterkommt, ist das Spiel buggy wo? aaaaaaah ja, da kommt da nochmal aaaaaaah aaaaaaah ja, nein aaaaaaah 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 ich wollte es mal testen aber dann aktivieren wir gleich, dass sie kommt dann haben wir verloren hau ab 16 Sekunden noch und dann noch die Emily finden, das schaffen wir nicht mehr oder? komm doch, das schaffen wir, das schaffen wir wir müssen positiv denken 3 Sekunden 3 Sekunden 3 Sekunden, Leute Alter, ich sag doch positiv denken siehst du? Positiv denken immer gutes denken immer gutes denken tschüss daaaah aaaaaaah aaaaaaah da ist er, da ist er Tür zu jetzt gehörst du mir jaaah ich will ein bisschen warten wieder, ein bisschen Zeit tot schlagen na? aaaaaaah sie ist schon wieder da, ne? boah und Chester ist einfach reine Glückssache es ist wirklich einfach nur noch reine Glückssache am Ende das ist echt schade ein bisschen, muss ich sagen weil das hat ja nichts mehr mit Spielen zu tun sondern einfach nur Glück irgendwann klappt es halt sie ist wieder in einer, in einer schade uah was? ich hab mich doch gar nicht bewegt du Pischer ich hab mich überhaupt nicht bewegt oah was war denn das jetzt? man da werd ich aggressiv, man hab gar nichts gemacht geh weg geh weg ich trinke jetzt einen Kaffee, weil ich sowieso schnippeln muss ist mir egal so so Emily aber wie schnell ist dieser kleine Dreckspisser denn auch? mit seinen kleinen Beinen der dürfte doch gar nicht so schnell sein ich breche ihm die die ich will das nur schaffen ich komm nicht vorbei ey ey was ist denn da los sein das was sein das was ist dann wo bist du emily 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 ah 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 I see you, I see you when you... Nein! Ah, Chester, war piss dich! Ah, ich muss sie angucken! Ja, aber das schaffen wir nicht. Ich muss ja Emily finden in der Zeit! Ah, geh weg! Geh weg! Ich lauf weg! Ah! Öh, sie kommt nicht. Die kleine Drecks-Baby kommt gar nicht. Emily kommt aber! Ey, Leute, es tut mir voll leid, aber ich nehme jetzt seit 45 Minuten auf und... Ah, ich werde nur noch immer bekloppt da und langsam auch aggressiv! Weil die Scheiße nicht klappt, Alter. Es ist eine reine Glückssache geworden, ob man es schafft oder nicht schafft. Hat nichts mehr mit Können oder sonst irgendwas zu tun. Du musst einfach nur Glück haben, dass die Kombi gerade stimmt. Zwischen den Puppen, weil... Ja. Wenn eine Puppe kommt, bei der du stehen bleiben musst und eine Puppe kommt, bei der du rennen musst, beides zusammen, zwangsläufig geht das einfach nicht. Das ist, äh, schon ein bisschen scheiße. Tut mir voll leid, ey, ich hätte voll gern Erfolg gehabt heute, aber... Tja, noob. Ich schneide euch das irgendwie zusammen, versuche euch das irgendwie nett zu verpacken. Ja, naja, dann schauen wir mal morgen. Bisschen ärgerlich. Alles klar, ihr Lieben. Bis denn, bye, bye.